Ich geh da hinten durch die Einung, bitte euch ganz laut, macht doch den Platz da vor der Bühne, vor der Bühne voll, ihr seht doch von dir gar nicht, guck mal da hinten, die Tropeten, die sehen so gut aus. Also ich glaube, meine liebe Band, wir geben ihnen ein Stück, wir machen jetzt ein so Stück, da rede ich von so einem Baby und so und im Laufe des Stücke sind wir das der Hammer, wenn ihr von hinten nach vorne dringt, weil wir haben da vorne das Gefühl, es ist ja keiner da. Das ist ein viel, sehr langes Vorspiel, Applaus für die Band am Abend, Vorspiel! So, und guck mal, da ist der Platz, der gleich bitte gefüllt wird, also mal ganz da hinten, ja? Und das ist wirklich, das ist ja, was ist denn, da hat auch keiner mit mir gesprochen, dass hier die Stühle stehen, die könnten ja auch, die könntet auf der Bühne mitsitzen, okay? So, ich hab jetzt für den Moment nichts ausgeracht gerichtet, aber ich glaube, ich hab sie schon mal weich gequatscht. Ach nee, ich bin auch gar nicht so weit. So, aber jetzt. So, ich hab dann, wie ich bin auch gar nicht so weit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018